Vor wenigen Minuten begann im Feldkehrer Landesgericht der Mordprozess gegen das 26-jährige Motorradclub-Mitglied Michael D. aus Fussach, der im Februar vergangenen Jahres bei einer Auseinandersetzung zwischen Skins und Rockern im Clubheim der Outsider in Lauterach einen 20-jährigen Skinhead mit einem Messer tödlich verletzte. Zum Prozessauftakt gab es ein erhöhtes Polizeiaufgebot, da zahlreiche Zuseher der rivalisierenden Gruppierungen dem Prozess beiwohnen. Etwa 20 Skinheads aus dem gesamten Dreiländereck fanden sich zur heutigen Gerichtsverhandlung zusammen. Richter Peter Mück stellte gleich zu Beginn klar, dass er im Gerichtssaal keine Zwischenrufe oder sonstige Störungen duldet.